Als der Bus mit den überglücklichen Gewinnern am Teamhotel vorfuhr, warteten dort etliche Fans, um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu begrüßen. Doppeltorschütze Timo Werner war einer der Gefeierten. Aber besonders herzlich empfangen wurde der Bundestrainer. Joachim Löw ist der Star in Sochi. Sein Autogramm ist besonders heiß begehrt. Der Mann ist ja wirklich echt cool. Ich meine, die russischen Fans haben ziemlich rumgeschrieben und dann kam er so rüber. Und dann hat er so mit ihnen noch ein Foto gemacht, Unterschriften gegeben und so. Autogramm genau und Küsschen hier, Küsschen da. Sehr gut gelaunt, ne? Der hat auch noch so einen russischen Fan Küsschen auf die Wacke gegeben. Der Bundestrainer zeigt sich in Russland schon die ganzen Tage prächtig gelaunt. Aber so aufgelöst und volksnah sieht man ihn doch dann eher selten. Man merkt, der Mann hat richtig Freude. Joachim Löw ist mächtig stolz auf seine Mannschaft. Der Bundestrainer genießt die Entwicklungsarbeit mit den jungen Leuten. Mit dem 3 zu 1 gegen Kamerun hat er jetzt 100 Siege. Als erster und einziger Trainer auf der Welt. Wenn das kein Grund für eine Party ist.